Warum soll ich auf eine Demo gehen, die für Menschenrechte in anderen Ländern, wie beispielsweise Polen oder Russland, ihre Stimme erhebt? Zum einen machen unsere Regierungen hier in Deutschland durch solche Demonstrationen Druck, nicht tatenlos zuzusehen. Zum anderen geben wir Menschen, die nicht mehr sprechen können, die beispielsweise in Untersuchungshaft sind, unterdrückt werden oder gar schon ermordet wurden, eine Stimme. Darüber hinaus können wir die Medienaufmerksamkeit dafür nutzen, um aufzuzeigen, wie wir Menschen in anderen Ländern helfen können. Beispielsweise Posts von Aktivisten in Teilen oder vor Ort befindlichen NGOs Geld spenden. Wenn wir zusammenhalten und zusammenstehen, sind wir nicht machtlos. Ganz im Gegenteil.